Ja, Ladies and Gentlemen, lang ist's her. Willkommen doch nochmal zurück zu einer neuen Folge. Forza Horizon, ich bin halt so ein bisschen selbst, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ist sehr ungewohnt geworden mittlerweile. Es gab ja noch ein DLC zu dem wunderschönen Spiel, das ist jetzt auch schon ein, zwei Monate her, ich weiß. Aber lieber spät als nie und da wollte ich jetzt mal reingucken und ich habe keine Ahnung, was das ist. Also es ist Rally, gut, natürlich. Aber ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ist das eine neue Karte, ist das keine neue Karte, ich habe keine Ahnung. Rally ist natürlich genau das, was ich in dem Spiel eigentlich so am wenigsten gerne gemacht habe. Aber gut, gucken wir mal rein. Ich meine, es gibt Erfolge, Errungenschaften, wie auch immer man die Dinger nennt. Also immerhin. Bitte Wiss? Bitte Wiss? Ich habe in, ich habe in dem Spiel alles gemacht, was man machen kann. Jetzt erzähl mir nicht, dass ich hier noch... Um sie... Viele weiter Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer, um sie freizuschalten. Horizon Badlands. Was zum Geier. Ja, ich nehme mal den Controller, das ist besser. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen, wie das geht. Ja. Achso, warte mal, man kann doch... Wie ging das mal mit dem Filter? War das Y? Nein, das war nicht Y. Und das war... War das das hier? Nein, das war das hier? Nein. Wie ging denn mal dieser blöde Filter? Ach, ich muss mal... Ne. Das ist durch. Hot Wheels Rivalen, bla bla bla. Ich... Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Na, Mexiko reisen, dann macht ja auch keinen Sinn, Mann. Badlands Ex... Was? Wo? Gib mir die Weltkarte, komm. So, wie konnte man denn mal filtern? Gibt's ja keine Filterung mehr. Irgendwann ist das doch kaputt. Nein, ich möchte jetzt keine Schnellreise machen. Hä? Du kannst mir sagen, was du willst. Da fehlt was. Normalerweise konnte man hier auf der... Ich kann auch keine... Ähm, keine Route setzen, fällt mir gerade so ein. Ach, weil ich in Mexiko bin. Ach, Mexiko, weil ich in hier Dingenskirchens bin. Äh... Ja... Stimmt. Ach ja, na, Mexiko... Oh, Mexiko war ja gar nicht das DLC. Mexiko war ja das Hauptspiel. Ich hab da gerade irgendwas verwechselt. Boah, der fängt ja gut an. Ja, willkommen zurück. So, vielleicht jetzt nochmal. Ich hab nicht die Karte geöffnet. Ich war da nicht. Aber jetzt haben wir hier... Ah, Filter. Das war nämlich RB. So. Alles klar. Das muss ja was Neues sein eigentlich, ne? Gut, das sind die Strecken mit den Herausforderungen. Das interessiert mich nicht. Aber hier ist keine... Hier ist keine Expedition. Warte mal, man kann doch. Äh... Gab's hier nicht irgendwie Expeditionen? Nein, gibt's nicht. Okay. Ich dachte... Ich hab das Spiel noch nicht so lange gespielt. Ah! Natürlich gibt's sowas. So. Dschungel. Vor allem, da ist überall ein Haken dran. Das heißt, die haben alle gemacht. Ich versteh das nicht. Hab ich das überhaupt installiert? Das wär zu geil. Ist das kostenpflichtig? Weil dann hab ich's nämlich gar nicht erhoben. Ich weiß es wirklich nicht. Ich... Aber das muss doch eigentlich kostenlos sein. Ich mein Hot Wheels... Es gab ja zwei kostenlose... Ich hab keine Ahnung. Warum kann ich denn... Jetzt komm ich nicht von der Karte weg. Ach so. Oh. Warum soll ich das jetzt... Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber... Ich bin der totale Rally-Fan. Ich nehme die ganze Gang mit. Und? Bist du dabei? Willst du mich verarschen? Ich guck jetzt 15 Minuten... Ja, ich übertreib mal. 15 Minuten, die Suche, den Mist. Und jetzt... Och ja, hi. Wir haben da was Neues. Ich hab gerade geguckt. Es gibt Videos dazu. Und da hab ich das Symbol gesehen, was jetzt da sagt. Das hatte ich aber jetzt nicht da was soll. Habt ihr denn jetzt? Ich suche mir erstmal einen Wolf. Alles klar. Also, es ist alles so wie... Wunderbar. Fantastisch. So, da möchte ich gerne hin. Nein, ich bin aber nicht die Bestliste. Die interessiert mich nicht. Ich möchte... Eine Schnellreise mal dahin machen. So. Moment. So. Oh Gott. Wie lange ich das Spiel schon immer gespielt habe. Welches Spiel habe ich jetzt dazwischen alle gespielt? Jede Menge. So. Was habe ich eigentlich dann? Jede Menge Formel 1, Witcher 2, Witcher 3, GTA San Andreas. Kann man machen, ne? Habe ich noch irgendeine Assassin's Creed Asmüchen gespielt? Nein, war nicht dabei. So. Machen wir die Expedition mal. Okay, Amigo. Was ist unter der Plane? Das neue Rallye-Auto? Geduld, Rami. Zeig's dir, sobald wir dort sind. Hey, Superstar. Da bist du ja. Steig mit Alex in den Truck und los geht's. Willkommen in Sierra Nueva. Wird Zeit, unser Spähfahrzeug anzulassen. 2,5 Tonnen elektrischer Offroader. Einzelradaufhängung hinten. Gehört Alejandra. Das wird wild. Na, klingt als wären alle anderen schon unterwegs. 6, denk mir los. Juhu, wir können Autowagen fahren. Ignorier die Linkskurve und mach dich bereit. Was? Achso, ignorieren. Oh oh. Okay, ich sollte outschen. So, Frage Nummer 1. Warum laufen diese Zwischensequenzen immer noch in 30 FPS? Das ist... Ich weiß, wie was das soll. Und zweitens... Ich kann nicht schalten. Wir haben uns nur vorgedrängen. Und zweitens... Was wollte ich sagen? Die Ladezeiten sind abartig lange. Wo muss ich hin? Folge dem Hubschrauber. Ich hab ne kleine Überraschung für dich. Wo muss ich hin? Ich hab keinen Wegpunkt. Ich hab nix. Ach, dem Hubschrauber folgen. Ich bin grad völlig überfordert. Ich weiß nicht, warum. Als hab ich da noch nie in meinem Läden das Spiel gespielt. Die Karre bremst nicht. Ich schwör's euch. Ich drück so mal von auf die Bremse. Boah, läuft das Spiel scheiße, ey. Das ruckelt wie... Ich kann nicht schalten. Ach, der kann nicht. Ich komm grad so gar nicht klar. Okay, das ist ein E-Auto. Sag mir das doch direkt, dass das so interessiertes E-Auto ist. So, jetzt wird ein Schuh draus. Nee, nee. Natürlich. Der obligatorische Stand über den Hubschrauber. Genau, ein Hubschrauber. Ein Flugzeug. Ach, da. Hubschrauber. Das hab ich natürlich vorher gesagt. Wusst ich. Nein, alles, was ich hier grade mach, ist zum ersten Mal. Ich hab keine Ahnung, was hier kommt. Spritztour wegen Wasser, weißt du? So, kaum kommt die Zwischensequenz, rufkühlt das ganze Ding wieder. Ich hab ja früher jede Menge Dirt Rallye gezockt. Wenn der eine oder andere weiß, hat vielleicht noch... Und irgendwann kam der Punkt, wo ich so gar keinen Bock mehr auf Rallye hatte. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und jetzt haben die... Jetzt haben die eine Rallye-DC gemacht als zweites und davor das Hotbild-DC eigentlich was schon mal hatten. Ich weiß ja nicht, in welchem Teil. In vier oder drei gab's 1 zu 1 dasselbe mehr oder weniger. Ich war etwas enttäuscht, sag ich mal. Deswegen gab's dazu auch keine Videos. Weil ich dachte mir, warum soll ich das nochmal machen? Das ist Quatsch. Normalerweise soll man ja bei der Rallye auch drauf achten, was der Beifahrer zu sagen hat. Ich hab virtuelle 3D-Bremslinien. Das ist... Ich brauch keine Ansagen. Vorsicht beim Sprung! Mittelscharf nach links. Oh. Dann wechselt zu Schlamm. Das wird... Ups. Hoppla. Vielleicht sollte ich doch drauf hören, was Jeff mir zu sagen hat. Ich weiß es nicht. Mittelscharf nach links. Wechselt zu Schlamm. Huhn. Huhn. Das Huhn hab ich jetzt nicht verstanden. Ist das ein Insider oder so? Poppork? Keine Ahnung. Mittelscharf. Senf ist mittelscharf, aber keine Kurve. Vorsicht bei der Landung auf dem Wasser. Dann am Betonmischer scharf links und wir sind wieder auf der Route. Hier ist kein Betonmischer. Hier sind Keterpillers. Geil. Die sind ganz kleinen Sattelschlepper. Ne, nicht Sattelschlepper, sondern... Doch. Die heißen Sattelschlepper. Ne, die heißen Sattelschlepper. Keine Ahnung. Ich weiß... Alter. Es ruckelt! Ich muss gleich umstellen. Geht gar nicht mehr. Oh, guck mal. Eine LED-Lightshow mit einem Haar in der Mitte für Hubschrauberlandeplatz. Bitte scharf nach rechts. Wir sind gleich beim Festival. Juhu! Natürlich. Der Sprung ins Stadion. Rallye-Adventure. Naja, mal sehen, ob das so ein Adventure wird. Ah! Es hat Pling gemacht! Es hat Pling gemacht! Willkommen in die Sierra! Du musst das nicht ganz so ernst nehmen. Gut, dann werdet ihr nämlich beide in Schwierigkeiten. Bitte, Cousinchen. Hey, Superstar, was denkst du? Wett, geht's jetzt direkt weiter? Ganz einfach an. Fahr zum Devil's Pass. Es muss kein Wettbewerb sein, Ali. Äh, nicht? Was denn sonst? So, erstmal muss ich was anderes machen. Das geht sonst gar nicht. Äh. Wie ging das nochmal? Nein. Da. Ultra. Lass mal das Extreme weg. Das schafft die Grafikkarte nicht. Speichern und fortfahren. Äh. Später neu starten, bitteschön. Dankeschön. Vielleicht reicht das schon aus. Jetzt sind wir genau bei 60. Das ist natürlich... Und das, obwohl ich nur auf WQHD spiele, glaube ich zumindest. Und... Ich musste wieder auf meine alte Grafikkarte zurückgreifen. Die neue, die... Sagen wir mal so. Dem Stromstecker war es ein bisschen zu heiß. Ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen. Die ist aktuell in RMA. Und die alte, die... Äh. Die schafft das nicht so wirklich. Das ist alles an. Ja, komm, dann... Bevor wir jetzt hier noch weiter rumspielen, lassen wir das so. Zu Not muss ich auf hochstellen. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Ach so, jetzt muss ich wieder schalten. So, ich bin da. Und jetzt? Warte mal, wie das ist das? Wieso, was hast du hier gemacht? Schrauben gelöst oder wie? Oh. Mein Himmelsauge ist Semu? Mhm, mhm, mhm. Ach so. Äh. Bei Rallys geht es um die Geschwindigkeit und das Unbekannte. Ja, das ist das, was ich nicht mag. Ich will eine Strecke können und... Nee, komm mal. Ach komm, wir probieren es mal ohne. Wir probieren es mal ohne. Wir können hier nur einschalten. Willkommen am Devil's Pass. Eine schnelle Asphaltstrecke, die durch Schikanen ansteigt und über schmale Brücken wieder nach unten führt. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Ja, ich auch. Und ich sowieso wat von. Let's check on. 5, 4, 3, 2, 1, los! Was? Mittelscharf rechts. Dit ist immer noch Senf. Mittelscharf links. Wofür brauche ich Linien, wenn ich die Minimap hab? Warte mal, machen wir das mal. Warte mal. Okay, ich hab natürlich jetzt keine Bremspunkte. Aber wer braucht sowas schon, ne? Vielleicht links. Vielleicht links. Mal Nadel rechts. Vielleicht rechts. Mittelscharf links. Mittelscharf links. Gefolgt von hart links. Hart links. Boah, diese Ansage gehen mir um. Du liegst gut in der Zeit, aber das heißt nicht, dass du bremsen sollst. Ich hab die nächste, jawohl. Gede Checkpoint tickt die Uhr, Superstar. Beeil dich. Bodenbellen. Ja gut, nehmen wir das mal ernst und ich versuch mal mein, mein hier, wie nennt man das? Meine, meine... Ich versuch mal ohne schlechte, negative Ambitionen da ranzugehen und mich lieber daran zu erfreuen, dass wir ein kostloses DLC für ein Superspiel bekommen haben. Ich überprüfe jetzt gar nichts. Mittelscharf links. Ach, spiele ich gerade live gegen die Zeiten von meiner Freundesliste oder wie oder was? Dieses Auto hat übrigens... Untersteuern. Untersteuern. Boah, Junge, Junge, Junge. Schlecht rechts. Hart links. Mittelscharf links. In Hart links. Mittelscharf rechts. Hartnadel links. Wett. Mittelscharf rechts. Ich bin schlecht... 14.000. Okay, wir müssen die Bande wieder nutzen. Dann bin ich schneller. Gibt ja auch kein gelbes Ausrufezeichen, also ist die Runde ungültig. Uh, das war knapp. Das war knapp. Mittelscharf links. In Mittelscharf rechts. Mittelscharf rechts. Mittelscharf links. Oh, 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 oh. Hartnadel links. Ey, wie lang ist das? Ey, da fahr ich ja einen halben Goliath. Ah, ich bin auf zwei. Pannadel rechts. Pannadel rechts. Leicht rechts. Mittelscharf rechts. In Mittelscharf links. Pannadel links. Komm, der leicht links. What, come? Komm, ihr folgt von leicht rechts. Ach, Berg, come. Ah, das macht Sinn. Komm, in leicht links. Alles, was zählt, ist diese Ziellinie. Ach, rechts oben habe ich ja die Liste. Mein Gott, die habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich gar nicht gesehen, die Liste. Also die Rangliste. Ja, ich habe den Teufelspass abgeschlossen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Und damit auch nur zwei Sekunden hinter dem ersten. Dann kann man machen. First try und direkt die nächste. Nee, das war dann los. Was steht da? Wuhu, klicken sie, um ihre Punkte einzufordern? Okay. Siehst du, was ich meine? Asphaltierte Oberflächen bedeuten schnelle Rennen. Schneller ist besser. Das ist nicht kompliziert. Also, ich kann deine Logik nicht vermängeln, aber ich ergreife keine Partei. Okay. Ich habe gehört, du warst mit Ale unterwegs und bist ein paar Straßenrennen gefahren. Davon gibt es eine Menge in Mexiko. Aber wir sind in Sierra Nueva und bei einer Rally geht es darum, im Gelände zu fahren. Auf zu der Rennveranstaltung, die ich für dich markiert habe. Es ist eine schöne, holprige Strecke, die durch die Hügel führt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich das schon plane? Ich will mal ganz wild eine Menge Zeit vermuten. Ich bin bald da und schaue mir an, was du vorhast. Auf Asphalt ist man schneller. Schneller ist besser. Dann lass uns doch auf Asphalt fahren. Ich habe nichts gesagt. Ist das denn eigentlich eine neue Karte? Okay, ich kann nicht rauszoomen. Es scheint eine neue Map zu sein. Ah, die sehr klein ist. Ja gut, da kann man mal eben hinfahren. Also, die 2,50 Meter. Also, es wird wahrscheinlich ja wieder Bonustafeln geben oder Sammelobjekte. Das werde ich diesmal off-screen alles machen. Da mache ich kein Video mehr zu. Erstens guckt sich das eh keine an. Verständlich. Weil da schnappt man sich einfach eine Karte aus dem Internet und fährt die dann selber ab. Und zweitens, weiß ich nicht. Da stehen Autos. Ist es doch relativ viel Arbeit. Dann lass ich lieber nebenbei ein Video herlaufen und mach das selber. So, let's go. Ja. Apropos Auto. Kann ich irgendein anderes Auto nehmen? Nö. Muss ich jetzt die ganze Zeit in Ford Focus hier nehmen oder wie oder wird? Nein, muss ich nicht. Ich krieg so einen komischen... Ach, du Scheiße. Ich krieg ein Auto wahr. Du bist mir auch so ein Dip. Oh. Äh. Ups. Ja, ich wollte die Kamera perspektiv ändern und hab ich erstmal hochgeschaltet. Hast. Hi. Mittelscharf nach rechts. Mittelscharf nach links. Mittelscharf nach links. Mittelscharf nach rechts. Rump. Harnade links. Nicht links. Dann leicht nach rechts. Mittelscharf nach links. Du bist ziemlich schnell. Lass nicht nach. Mittelscharf nach rechts. Den Haarnadel rechts. Oh. Das war nix. Ja. Jeff, halt die Klappe. Ich kann mit solchen Autos nix. Noch dritter, Alter. Schwache Leistung. Mittelscharf nach links. Wenn ich am Ende des Spiels keinen Senf kriege, bin ich beleidigt. Den Haarnadel rechts. Mittelscharf nach rechts. Auf den Kamm. 1,30 Sekunden hinter. Aber das finde ich eigentlich ganz cool mit diesen Live-Anzeigen da. Das ist, äh, muss ich, da muss ich eigentlich sagen, das ist ein cooles Feature. Sprache, dass das jetzt auch nicht gegen eine KI geht, sondern wirklich gegen die echte Freundesliste. Das ist, das ist cool. Dann ist man wenigstens ambitioniert, irgendwie doch ein bisschen geiler zu fahren, als ich es gerade tue. Als wenn man gegen irgendwelche blöden KIs fährt. Warte, Sprung vielleicht? Ja, nein, vielleicht. Eventuell doch Horn. So, ich habe Shade überholt. Es fehlen mir nur 1,4 Sekunden zu Lukas, wer auch immer Lukas ist. Ich glaube nicht, dass Lukas Lokomotivführer als vom Verkehr ist. Vielleicht. Leicht nach rechts. Mittelscharf nach rechts. Mittelscharf. Ich fahre aber auch alles außer Ideallinie, ne? Das ist fantastisch gerade. Leicht nach rechts. Dann wechsel zu Sand. Was? Gang wechsel? Ach, nee, Sand. Ach, dann wechsel. Jeff, du musst mal deutlich... Ah, erster. Erster. Unzu schnell. Perfekt. Nee, ich bin nicht erster. Aber ich habe den... Ah, ich habe den... Den Rückstand habe ich verkleinert. Das war der Kring gerade. Hossa. Nee, Wasser. Scharf rechts. Ja, Meister. Bitte scharf nach rechts. Hossa. Das war leicht links, Freund. Das war leicht links. Alles, wo man Vollgas durchknallen kann, ist leicht links oder leicht rechts. Leicht nach rechts. Ziellinie voraus. Ja, das wird Platz 2, vermute ich mal. Aber das ist schon besser. Ich muss ja wieder klarkommen. Zweta mit, äh... Boah, doch. 1,8 Sekunden Rückstand. Du wüs. Lukas ist ein guter. Warum haben eigentlich alle ein anderes Auto außer ich? Ach, nee, da unten ist auch noch so ein Skumbug. Komisch. Also, alle mögen Straßenrennen oder einen Track Day. Aber ich sage, nichts ist vergleichbar damit, nach draußen zu gehen, die palestinische Natur zu genießen und sie dann mit deinen Rallyereifen ordentlich durchzuflügen. Wenn du es so sagst, gutes Argument. Aber wie ich schon zu Arley sagte, ich schlage mich auf keine Seite. Ich will das Beste für Horizon, nämlich engen Wettbewerb. Was ich sagen will, keiner kennt die mexikanischen Straßen und Bedingungen besser als ich. Zumindest von denen, die gegen mich antreten. Klar, sehr mit sich zwei von dir. Das dachte ich auch. Es ist auch eine gute Lektion fürs Leben. Pass auf, was du sagst, sonst könnte dich jemand dazu zwingen, das durchzuziehen. Du könntest einfach zugeben, dass du geblasht hast, Brami. Ach, niemals. Fahr zu den Dünen. Sicht- und Wettervorhersage sind laufig, aber ich glaube, der Helikopter hat einen Suchscheinwerfer. Das wird schon. Ich habe erst mal... Ich war erst mal in der Waschhandelhage. Ich habe gerade gesehen, hier kann man wieder Straßen entdecken, also nutze ich die Gelegenheit doch mal und fahre zu den Events auf den Straßen, um nebenbei zu sammeln. Wie auch immer.